Hallo alle Biker da draußen. Jetzt ist es wieder Zeit, die Bikes rauszunehmen, auf Messen, auf Treffen zu gehen. Bitte vergiss die Kinder diesen Sommer nicht. Wir haben ein Angebot gerade jetzt, diese Biker Bible Storage, eine schöne Geschichte für Kinder über einen Biker-Papa, der sich bekehrt. Vergiss die Kinder nicht diesen Sommer. Normalerweise kostet dieses Buch 6,90 Euro. Jetzt machen wir eine Sonderaktion, damit die Kinder auch das Evangelium bekommen. 1,50 Euro. Und dann habt ihr ein schönes, eingebundenes Geschenk, so ein eingebundenes Buch mit schönen Bildern und Text. Könnt ihr einfach dieses Buch weitergeben an die Kinder von den Bikers. 1,50 Euro. Und ihr habt ein Geschenk für die Kinder von den Bikers auch. So, 1,50 Euro jetzt. Greife zu!